Wir verschieben Grenzen in der mobilen Röntgenbildgebung. Das 1972 in Nürnberg gegründete Medizintechnikunternehmen Team Imaging ist mit seinen innovativen Röntgentechnologien international erfolgreich. 2006 wurde der weltweit erste volldigitale mobile C-Bogen auf den Markt gebracht, dessen Flachdetektor verzerrungsfreie, kontrastreiche und hochdynamische Bilder mit viermal mehr Graustufen als analoge Bildwandler erstellt. Die mobilen C-Bögen finden neben der Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie und Traumatologie auch in der Gefäßchirurgie Anwendung. Kontinuierlich werden 2D- und 3D-Bildgebung weiterentwickelt. Team Imaging ist europäischer Marktführer im Bereich der intraoperativen, mobilen Röntgenbildgebung mit 40% Marktanteil in Europa. Zudem führt das Unternehmen im High-End-Bereich in den USA und China. Die Schulung und Förderung der Mitarbeiter wird durch In-House-Trainings und E-Learnings in der Team Academy sichergestellt. Team Imaging arbeitet zudem mit dem Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken zusammen.